Jungs, wie versprochen, gibt es heute das Video, das etwas leichter ist. Jungs, wie ihr immer lacht. Okay, wir gehen heute mal durch mit dem Ballon, das war mal ohne das Servus, aber das könnt ihr auch mal verkraften, das kommt erst beim nächsten Mal und heute geht es mal mit dem Ballon durch. Und ja, Ballon OP steht wahrscheinlich im Titel, ist er auch, ist er auch. Ich will euch einfach mal zeigen, was der Ballon so kann und erfahren wir uns doch mal kurz die Crown Chest. Ballon mit der Taktik, unfassbar geil, unfassbar geil. Oder heftige Taktik oder heftiger Ballon oder was. Ach, Pascal denkt sich hier irgendwelche Titel aus, es ist doch dem Scheiß egal. Da kannst du machen, was du willst. Aber wie machen wir, was machen wir denn jetzt gegen den Dunkle Prinze? Dunkle Prinze, machen wir Valkyrie? Ne, Mama, hat doch mal Valkyrie, gell? Komm, Valkyrie. Gut, Valkyrie. Valkyrie ist immer gut. Das Wichtige hier bei dieser Taktik ist natürlich, dass ihr lange Zeit nicht zeigt, dass ihr den Ballon habt. Denn der Ballon sollte eigentlich eure Geheimwaffe bleiben, da diese, wenn sie einmal aufgedeckt ist und ihr genau wisst, was der Gegner verkraften hat, unser Störber ist. Unser Störber ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der Gegner kann einfach nichts dagegen tun, wenn er keine Lufttruppen oder Bogenschützen oder was derartiges hat. Also, Zeitgefasst und spiele es nicht zu früh. Ich spiele es jetzt mal um, weil ich bestimmt sicher bin, dass es jetzt laufen könnte und sogar noch einen Freeze-Wardy habe. Das heißt, es könnte gut laufen. Shit, was macht denn der? Gut. Wir setzen hier erstmal den Froschzauber, damit wir hier ein bisschen Schaden machen. An dem Tower, komm, kriegt er noch einen Hit. Sehr gut, wir haben schon Down. Erster Tower Down Ballon ist so OP. Der Ballon ist sowas von OP. Jeder benutzt den Königsriesen, benutzt auch den Ballon. Der ist einfach zu gut. Der ist einfach zu gut fürs Spiel. Der Ballon haben viele außer Acht gelassen, aber der ist echt brutal. Vor allem, wenn man ihn nicht kontern kann, dann braucht einfach Bogenschützen oder sowas in die Richtung. Wenn man das nicht hat, kann man gleich aufhören. Dann ist es auch schon so gut wie... Und seht mal, wie der Hawk Rider die Valkyrie nach vorne pusht. Krass. Und wir haben so gut wie gewonnen. Wir freezen hier noch kurz und dann ist das Ding aus. Und easy 3 Sterne. Und sagt mir mal einen in den Kommentaren, dass das eine scheiß Taktik ist. Das will ich sehen. Schreibt es mir rein, wenn ihr das jetzt sagen wollt. Dann rufe ich euch an und wir klären das mal. Aber das sagt dir keiner, weil die Taktik ist pervers geil. Natürlich kommt es immer, wie bei jeder Taktik, auf das Gegendeck an. Wenn jetzt das Gegendeck genau das Gegenspiel ist von meinem Deck, dann kann es natürlich sein, dass ich null Chance habe. Aber ich habe so ein ausgeglichenes Deck, da sollte das nicht vorkommen. Denke ich. Hoffe ich. Meine ich. Was labere ich. Okay. Valkyrie. Der Gegner setzt nichts. Warum setzt er nichts? Okay, er kommt mit dem Doppelprinzen. Doppelprinz, Doppelprinz. Meine Taktik wird glaube ich sein, die zu freezen. Ja, das war gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut war das. Ich komme jetzt mit den Barberschen. Und war eine gute Taktik eigentlich. Passt gehören. Hast du es gut gemacht. Good job. Ich bin gefreezed. Er spielt das Pekka mit zwei Prinzen. Kombinationchen. Das kann man auch mal machen. Muss man aber nicht. Kann man, muss man nicht. Ich finde die Taktik jetzt persönlich auch nicht so geil. Denn das Ziel ist halt so viele Elixiersammler down zu kriegen. Aber er hat noch keinen positioniert. Vielleicht spielt er auch eine andere Taktik. Kann ich mir aber schwierig vorstellen. Denn die Prinzentaktik geht eigentlich nur in Kombination mit dem Pekka. Weil sonst ist die echt schwach. Weil man die so leicht abhören kann. Aber naja. Man sieht es ja jetzt, was da so gehen wird. Ich setze noch ein Musketier hinterher. Und mein Elixiersammler bräuchte nur ein bisschen Elixier. Jetzt nichts dagegen. Ah, doch. Setz da. Fleeze ich lieber die Minion Horde. Damit mein Dauer das wirklich wegholen kann. Unten hier nicht verreckt. Ja, schwach. Ganz schwach. Pascal. Ganz schwach. Ganz schwach. Ganz schwach. Ganz schwach. Ganz schwach. Ich hatte einfach nichts gegen die Minion Horde. Und die hat mich jetzt ruiniert. Das gibt es natürlich auch. Das hat er auch gerade mit dem Ballon. Die hat mich gerade. Boah. Das hat mich gerade alles gekoscht. Das mit dem Ballon. Naja, schade drum. Kann man nichts machen. Ein Ballon ist halt so eine Karte. Wenn du die nicht verteidigen kannst, ist das halt so gut wie vorbei. Aber. Ja. Ihm ging es ja gerade ähnlich. Mit seinem ganzen Ding. Dass er es nicht verteidigen konnte. Oh. Ja, weil Kyure hat überlebt. Geil, geil, geil. Valkyrie, du bist meine Heldin. Valkyrie, du bist meine Heldin. Barbeer schon hinterher. Dunkler Prinz. Perfekt gelaufen. Und so sollte es eigentlich klappen. Oder nicht? Wir setzen nochmal hier so ein bisschen offensiveren Elegisiersammler. Und setzen hier die Valkyrie rein. Damit die wirklich gepeenert wird. Das glaube ich eigentlich. Ja, was machen wir jetzt mit. Ballon müssen wir einfach down setzen. Ohne Witz. Er hat nichts gegen den Ballon. Er hat nichts gegen den Ballon. Außer die Minion Horde. Das ist wieder gleich ein Schweinereiter. Er hat echt nichts gegen den Ballon. Das gibt es doch nicht. Und wir haben gewonnen. Die Ballon-Taktik. Junge, Junge, Junge. Die ist so, so geil. Gewinne zwar nur 2-1er mit 5 Kronen. Aber es ist in Ordnung. Pushe ich mich halt ein bisschen hoch hier. Easy. Und ja. Die Taktik kopiert sie euch mal. Wenn ihr in meiner Pokalregion seid. Ansonsten guckt das Video und gönnt es euch einfach. So mache ich es auch manchmal bei Gaming with Mold. Aber wenn ich mir seine Videos anschaue. Die sind eigentlich auch recht episch. Vielleicht Link unten in der Beschreibung, wenn ich es nicht verpenne. Aber. Ja, den kennt ihr eh. Also wenn ihr meinen Kanal kennt, dann kennt ihr den auch. Ach ne. Nicht so ein Funky-Spieler. Nicht so ein blöder Funky-Spieler. Die geben mir so erst das Enkel. Die geben echt richtig hart auf den Piss. Richtig hart gehen die mir auf den Piss. Richtig, richtig hart. Kommt ihr echt mit sich selber klar, die Funky-Spieler. Ja klar, alles klar. Alles klar, Dicker. Alles klar. Dauert so gut wie verschenken eigentlich. Wie will ich denn den holen? Der Funky-Spieler schießt gut. Ah, das ist ein Witz, das Deck. Ah ja, der Gegner will mich zu verarschen. Apo Red will der Gegner mich ficken? Ne. Boah, ist das ein Witz. Ist das ein riesen Witz. Als ob der Funky, den müssen sie unbedingt nerven, ey. Das ist beschiss einfach nur. Der Funky, den kannst du wahrscheinlich gewinnen. Guckt ihr euch das mal an, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Geht doch nicht. Geht doch nicht. Boah, ich glaub so viel Scheiß. Aber naja, müsst ihr verkraften, wenn ihr das Video schaut. Also, ich hab kein Mitleucht mit euch. Wir können uns jetzt erstmal den anderen Tower hier drüben. Den rechten lassen wir jetzt einfach sterben. Ist mir jetzt im Prinzip scheißegal. Basiert, den können wir eh nicht mehr retten. Und wir holen uns jetzt den anderen Tower weg dafür. Ja, das sollte easy klappen. Hoffe ich. Und das Gute am Funky ist, man muss halt mit Barbaren kontern. Ansonsten hat man keine Chance gegen den Funky. Aber der Funky ist aber auch richtig beschissen, die Karte. Ich würd sie selber verwenden, wenn ich sie hätte. Höchst wahrscheinlich, denn sie ist echt ne gute Karte. Kann man nix sagen. Aber, ich mag die Karte vom Grundprinzip her nicht. Die ist einfach so eklig zu spielen. Geh. Natürlich, für einen selber ist es dann gut. Weil man einen riesengroßen Vorteil hat. Aber, ich find's speziell für andere Spieler, die so mein Level oder sowas in die Richtung vertreten, finde ich das richtig eklig zu spielen. Und ich mag's auch nicht wirklich. Funky müssen wir downholen, dann sieht's ganz schlecht aus. Ja, sieht ganz schlecht aus. Wir haben den Tower 2 hinten bekommen. Müssen jetzt noch deffen, heißt das. Er setzt wieder einen Funky, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nisch. 18 Sekunden verteidigen. Scheiße, das wird taff. Packen wir das? Ich mag's zu bezweifeln, dass wir das packen. Nein, nein, der Funky, Alter. Beschiss. Der Funky ist echt beschiss. Oh, Mann. Ein Fight gönnen wir uns aber noch. Und dann würde ich sagen, war's, dass du die Folge Ein Fight geht natürlich immer. Ach Gott, der Funky ist einfach ein Riesenbeschiss. Ein Riesenbeschiss. Das ist aber die Taktik ist tendenziell richtig geil. Außer ich kann den Funky jetzt nicht verteidigen. Das ist mein einzigstes Problem. Da helfen die natürlich die Wächter. Aber dazu wird's vielleicht noch ein extra Video geben. Ich will jetzt auch meine Videos nicht verraten hier im Vorhinein. Das mag ich ja nicht. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Das heißt, es kommt noch was. Wie verteidige ich den Funky? Oder wie habe ich eine Chance gegen den Funky? Oder... Ach. Wie geht's meiner Oma? Wie geht's meiner Mutter? Irgendwie sowas. Das ist ja scheiß geschwätzt von mir schon wieder. Dieser Pascal, dieser Pascal. Der ist so ein dumm Schwätzer. Ja, sonst. Eigentlich alles fit bei euch. Ich bin leider krank. Aber sonst ist alles gut. Denn ich habe Fähre. Und Fähre laufen immer klar. Gehen immer klar. Ja, was machen wir? Gehen wir mal mit dem Ballon, komm. Ballon. Ballonschen. Dann gehen wir noch mit dem Musketierin hinterher. Wir können gleich freezen. Und die Musketierin oder Musketäterin, wie Lichtle immer sagt, die Fähre gehen raus. Die haben wir gerade auf dem Tower gehabt. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Denn die verteilt echt grandiosen Schaden. Ansonsten. Wir setzen die Prinzessin. Ja. Gameplay. Wahrscheinlich hört langweilig des Todes. Aber ich glaube mal nicht. Wow. Royal Giant. Da habe ich ein Video geladen. Wie verteidige ich den Royal Giant? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Denn sonst wisst ihr ja nicht, was wir jetzt in dieser Situation machen wollen. Was machen wir denn? Royal Giant. Scheiße. Jungs. Ich weiß es nicht. Ich habe das Video nicht gesehen. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ich habe das Video nicht gesehen. Fuck. Ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe das... Ja, ich habe das Video gesehen, Jungs. Wisst ihr Bescheid. Wenn ihr in der Lage seid. Und ihr habt das Video gesehen. Dann kann ich gar nichts passieren. Null. Nada kann ich passieren. Null. Yenti kann ich passieren. Null. 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 Und der Tower ist instant down. Wir kommen mit dem Ballon über links. Und dann fließen wir wieder alles weg. Glaubt, falls es das wirklich bei den ganzen YouTubern nicht gibt. Was ich nicht verstehen kann. Denn angreifen ist das Wichtige. Und ich glaube euch einfach zu, dass ihr Ohrenbluten habt. Und ja. Ansonsten fröhliches Ohrenbluten heute. Und ja. Ich hoffe ihr habt es ertragen. Und danke, dass ihr, warte wie lange, 13 Minuten eures Lebens mit mir verbracht habt heute. Und wir sehen uns morgen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.